man lasst mich doch dahin jona rock das soll nicht passieren du sollst nicht zu da auf hilfe zu rufen was passiert denn hier und jetzt wirklich die schaden was passiert hier gerade was ruft in die ganze hilfe ernsthaft was ist denn hier los und auch ein speed rock durch blubber ich bin jetzt was passiert denn hier passiert denn hier ich falle jetzt den monsten stimme ist scheiße das macht viel zu wenig schaden weil es gesplittet wird ja damit wird gesplittet wird aufgehört zu regnen und außerdem hat gerät das heißt stärker weil solche stimme ist ja auch kein step für den faden dann das ist nichts mein gott nein mein gott was ich dachte wo ist die stimme war absoluter missplay ich hätte einfach angreifen sollen das linke hat keinen schaden verursacht junge warum ruft er denn in die ganze zeit hilfe er macht lächerlich viel schaden wieviel es bedarf hast du 25 euro nein kommt nicht ich will ich will dass du noch eins da steht wo ist die stimme verhindert dadurch dass mit der mensch ist durch zirkser weiter runter aber ich will dass einen schnell aufstieg das war ja der play das hat jetzt kacke rion 40 mit der fahrt er auch noch warum macht er so viel schaden ja davor war ja rain deswegen und ich sonst natürlich gut aqua jet auch mit aqua knarre war das schon deutlich mehr schaden ich muss drauf hoffen dass aqua jet den killt ich kann ja nicht rauswischen so in was soll ich denn switchen muss hoffen dass der schockt er hat eine deutlich schlechtere für steph ne ich habe einen ziemlich guten physical attack warte mal ich muss das jetzt mal nach ich will das mal nachgucken was heißen der im englischen aqua kurzen showdown you payda so heißt ja you payda 52 test ja ich glaube ich habe hier banane so wenn er nicht schockt bei dir ich banane ich kann nichts machen gedrückt ich vergetan ich war doch auf aqua jet was passiert wie bin ich denn davon abgerutscht wirklich ich bin so tilt gerade wieso ruft er auf full hp die ganze zeit hilfe er war voll hör auf hör doch auf der ist doch fast wieso ruft er denn die ganze zeit hilfe ja tschüss marquita das war's mit dir ich kann nichts machen er ruft einfach auf max hp die ganze zeit hilfe ich fasse es nicht ja es ist vorbei es ist gg ich habe verloren ich verliere gegen arakwa ich kann nichts machen verliere gegen arakwa also ich verliere halt noch einen mon so tschüss nebulak what the fuck bin ich tot ne er tut graindance ja ich muss hoffen dass hypnose trifft gerade das war's mit oh jetzt hängt sogar noch eine okay okay schade dann müsst ihr auch noch zwei cooles game wirklich cooles game alter der ist max der war voll live er hat drei pokemon gerufen auch voll live fast voll live was wie was ein bullshit willst du mich verarschen wirklich der war fast voll live er ruft die gar er spammt die pokemon ich konnte nichts dagegen machen ich konnte nichts dagegen machen ich konnte nichts dagegen machen